Jetzt schauen wir mal die Karriere an, Alter. Hey, Digga, ich schwöre, was hast du? Du hast ja nicht mal mich als Unterstützer, Digga. Das geht gar nicht klar, Digga. Richtig ehrenlos, Digga. Ich schwöre, das geht gar nicht. Digga, das geht gar nicht, Alter. Bruder, du bist mein eigener Bruder. Was soll der Scheiß? Ganz kurz auf dem Movement, Diggi. Warum gehe ich nicht in dieses Game rein? Nein, Digga. Ich habe das jetzt nicht als Ding gestartet. Als falscher Account. Ja, mit deinem Account. Habe ich das jetzt mit deinem Account? Du hast keinen Tag Custom Games, oder? Du hast einen Scheiß. Aha, super, Alter. Ich spiele so gar nicht das Spiel. Digga, ich habe es wieder verkackt, Mann. Guck mal, Digga. Schaut euch das Profil an. Das ist das Profil von meinem Bruder, Alter. Leute, ihr seht den Namen, Leute. Alle mal adden, Alter. Nee, Spaß, Digga. Das bringt euch eigentlich nichts. Digga, guck mal. Du hast das Ding. Ein Spray bekommen. Das Lock-In. Deswegen bist du zu Stufe 3, Alter. Was, das war ein Rost? Guck mal, Alter. Hey, du hast eine richtig geile Spitzhack. Wie viel hast du davon? Ah, okay. Ah, stabil. Guck mal, was der hat, Digga, Alter. Ihr habt den Safe nicht, ne? Ich schwöre. Geil. Der Mako-Gleiter. Legende, Digga. Dein Ding, dein Account ist wertvoll, Bruder. Den kannst du bestimmt für 500 verkaufen. Ne? Ich schwöre, Digga. Ja, guck hier, guck mir den. Ich geb dir den Account, Alter. Guck mal, du hast ja hier einen Rotzabstand. Du hast ja nicht mal ne Lackierung, Digga. Ja, ich hab nicht Lackierung, egal. Jetzt schauen wir mal die Karriere an, Alter. Hey, Digga, ich schwöre, was hast du? Du hast ja nicht mal mich als Unterstützer, Digga. Das geht gar nicht klar, Digga. Richtig ehrenlos, Digga. Ich schwöre, das geht gar nicht. Digga, das geht gar nicht, Alter. Digga, Bruder, du bist mein eigener Bruder. Was soll der Scheiß? Hier, obwohl du nicht mal was kaufst, richtig für einen Eimer. Oder, Digga, komm, wir kaufen dir was. Du gehst nicht mal, wenn du kannst nicht mal was kaufen, Alter. Für 300 kann ich mal Lackierung kaufen, Digga, ich bin 100 V-Bucks. Ich bin 100 V-Bucks, Alter. Wo willst du 100 V-Bucks herkriegen? Ah, nächstes Level gibt's 100, nächstes Level gibt's. Nein, Digga, du hast den Battle Pass nicht. Doch, im nächsten. Du hast den Battle Pass nicht. Du musst hier über Level 11 zocken. Voll der Stress. Voll der Rotz. Aber jetzt, Digga, du hast safe keinen... Im Kreativmodus kann man nicht leveln gehen. Als ob der Benutzer definierte Spiele in die Rat hat. Ach, nein. Nein, das nicht. Nein, das ist nicht. Als ob das mit Turnier... Na, guck mal, die Problems aus. Hä, die Eifer... Nee, ich hab... Nee, können die vergessen, Alter. Scheiße. Fuck, Alter, ich... Äh, Leute, wir haben verkackt. Wir haben verkackt. Ich bin auf dem falschen Account. Und ich bin ein richtiger Held, ne? Ich... Stream natürlich über Playstation. Das heißt, ich darf den Stream nochmal beenden, Alter. Weil ich einfach vollidiot bin, Alter. Ja, Alter. So haben wir keinen Custom Games. Oder sollen wir mal... Nee, Digga, dann müsst ihr den alle enden und so. Du hast nicht mal mich als Freund, Digga. Ciao, Alter. Leute, wir sehen uns gleich, Digga. Ich bin gleich wieder live. Was bist du denn für ein Assi, Alter? Nicht spolan. Nicht spolan. Nicht spolan. Si. Hi. 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 Nik. Hi. Hi. Bis zum nächsten Mal.